Alina Bronski Spiegelriss Gelesen von Jule Böwe Eine Produktion von Arena Audio Babyfuß Ich sehe das Feuer nicht, aber ich spüre seine Nähe. Das Rudel hat sich um die Feuerstelle versammelt. Ich halte mich abseits. Ich mag keine Ellbogen an meinen Rippen und keine Füße an meinem Gesicht. Ich will nicht, dass jemand mir seinen Kopf auf die Schulter oder auf die Oberschenkel legt, wie es hier alle tun, um sich einander zu wärmen. Tief in mir drin weiß ich, dass es vielleicht langsam gut wäre, wenn ich näher an die anderen Rücken mich geselliger und aufgeschlossener zeigen würde. Aber ich kann das nicht. Mehr als einmal habe ich schon ein verächtliches Zischen hinter meinem Rücken gehört, dass ich seltsam und eingebildet sei. Dabei gibt es nichts, worauf ich mir etwas einbilden könnte. Niemand hier ist so hilflos und unwissend wie ich. Ich bin dem Rudel dankbar dafür, dass es mich aufgenommen hat. Ohne sie alle wäre ich längst verhungert und erfroren. Aber ich kann mich auch nach Monaten nicht dazu überwinden, so zu tun, als wäre ich eine von ihnen. Ich liege zusammengerollt auf der Seite. Die Knie berühren das Kinn. Meine Arme sind um meine Beine geschlungen. Ich höre das Knacken des Brennholzes. Der Wind weht den Rauch zu mir rüber. Es ist Nacht. Das Rudel ist hungrig. Das ist immer so. Mit leerem Magen kann man schwer einschlafen. Deswegen versuchen alle, sich mit Gruselgeschichten von der Leere im Bauch abzulenken. Abwechselnd schrauben sie Stimmen hoch, erkämpfen sich das Rederecht, das sie dann mit blutrünstigen Details verteidigen. Und wenn die Spannung nachlässt, wird sofort gemeutert und der abgewürgte Erzähler muss dem nächsten Platz machen. Und dann beschlossen die Feen, sich an der Normalität zu rächen. Ich lege mir die Hand aufs Ohr, kriege aber trotzdem die Stimme mit, die der Wind zusammen mit dem Rauch von der Feuerstelle zu mir rüberweht. Ich kann das alles nicht mehr hören. Fast alle Gruselgeschichten drehen sich um Feen. Wenn ich nicht so hungrig und durchgefroren wäre, hätte ich vielleicht noch die Kraft gefunden, darüber zu grinsen. Die Ängste der anderen kommen mir albern vor. Sie ahnen nicht, woher der eigentliche Schrecken kommt. Wenn sie wüssten, wo ich bis vor kurzem noch gewesen bin, würden sie mich garantiert mit etwas mehr Interesse ansehen. Äh, kommt es in einem vielstimmigen Chor. Nicht immer das Gleiche. Genau, denke ich, drücke die Hand fester auf die Ohrmuschel. Obwohl ich meine Finger schon kaum spüre, scheint das Ohr noch viel kälter zu sein. Jedenfalls fühlt es sich an, als würde es gar nicht zu mir gehören. Ich nehme die Hand von meinem Ohr und drehe mich auf die andere Seite. In der Geschichte, die gestern erzählt wurde, haben die Feen normalen Männern die Herzen geklaut und gegessen. Das kam gut an. Das Rudel lauschte konzentriert wie nie. Ich hatte mein Gesicht versteckt, damit niemand die Grimassen mitbekam, die ich mir nicht verkneifen konnte. In der Geschichte von vorgestern ging es darum, wie die Feen den Männern Küchenschaben ins rechte Ohr pflanzen. Die merke man dann am Krippeln im Kopf, erzählte die dünne Stimme und schwor, es von der eigenen Großmutter gehört zu haben, die es persönlich beobachtet habe. Die Feen hassen die Normalen, sagt jetzt eine piepsige Stimme ganz nah bei mir. Deswegen klauen sie ihnen ihre Seelen. Die Normalen hassen die Feen, korrigiert jemand von links. Klappe, schreien einige andere. Der Erzähler fährt fort. Sie wollen sich für das Demenzio rächen, für ihre Schwester, die dort eingesperrt wurde und nie wieder herauskam. Die Stimme wird kraftvoller und geschmeidiger. Entweder der Erzähler ist noch nicht lange dabei oder er raucht weniger Spot als die anderen. Das Demenzio ist eine alte Idee, so alt wie die Normalität. Damals wusste niemand davon. Es war sehr geheim. Die Normalen bauten es und sicherten es mit Stacheldraht, bewaffneten Soldaten und abgerichteten Hunden. Alle Feen sollten dahin kommen. Aber die Feen spürten die Gefahr und zogen sich in den Wald zurück. Nur eine einzige, sehr junge Fee wurde gefangen und ins Demenzio gebracht. Sie war unerfahren und leichtsinnig und hatte von nichts Angst. Und sie erwartete ein Kind. Vielleicht war es das, was die Fee so anfällig machte. Ein riesiges, großes, bewachtes Demenzio für eine einzige, junge, schwangere Fee. Die Nachbarn erzählten damals, dass sie das Weinen und Schreien der Fee nächtelang hörten. Sie kratzte an den Wänden und trommelte gegen die Fenster, bis man sie fesselte und knebelte. Trotzdem gelang es ihr, auch mit Knebel im Mund, so laut zu sein, dass es den Nachbarn durch Mark und Bein ging. Selbst wenn sie sich die Ohren zuhielten, hörten sie die Stimme der jungen Fee, die sie wütend verfluchte. Mein Kind wird euch zerstören. An seinen Flügeln werdet ihr es erkennen, hörten sie. Es vibrierte nicht nur in ihren Ohren, sondern in ihrem ganzen Körper, ging ihn unter die Haut, durch Mark und Bein. Für einen Augenblick vergesse ich, wo ich bin. Ich spüre nicht mehr die kalte Erde unter mir. Ich richte mich auf und versuche zu erkennen, wer da gerade erzählt. Aber er ist verborgen in dem dichten Ring aus einander gedrückten Rücken- und Gliedmaßen. Das Feuer knistert und das Rudel hält die Luft an. Ich lege mir die Hand auf die Brust. Mein Herz schlägt so schnell. Ich habe Angst, dass es mir gleich aus der Brust springt und davonhüpft. Früher weckte mich der Juckreiz auf meinen Schulterblättern. Jetzt wache ich auf, weil meine Füße frieren. Das unterscheidet mich von den anderen in unserem Rudel. Alle scheinen sich an die nächtliche Kälte längst gewöhnt zu haben. Sie tragen nicht mehr am Leib als ich. Übergroße Jacken aus den Müllcontainern, über zerschlissenen Pullovern, abgerissene Ärmel, unbrauchbar gewordener Hemden um die Beine gewickelt. Die Haut ihrer Sohlen ist bereits braun und hart, während meine unter der Schmutzschicht noch rosa und empfindlich ist. Als hätte ich gerade erst meine Lederschuhe ausgezogen, von denen ich früher mehrere identische Paare im Schrank stehen hatte. Nicht zufällig werden die Neulinge hier auch so genannt. Babyfüße. Ich bin ein Babyfuß. Das heißt, ich bekomme als Letzte zu Essen und kriege öfter als andere einen Ellbogen in die Magengrube. Manchmal gönnerhaft, öfter rüpelhaft gehässig. Ich brauche dieses Rudel, denn allein wäre ich längst verloren. Also nicke ich zu allem, stelle dumme Fragen, ziehe meine blau angelaufenen Zähne ein, kratze mit den schmutzigen, langen Nägeln an den Narben auf meinem Rücken herum. Wegen meiner Ticks gelte ich als durchgeknallt, aber das wundert hier niemanden. Aus der Normalität herausfallen verursacht einen mittleren Dachschaden. Manchmal ist es auch genau umgekehrt. Der Dachschaden führt den Absturz herbei. Mein Schweigen über meine Vorgeschichte, meine Weigerung, mein Gesicht zu waschen, meine Unbeholfenheit in praktischen Dingen, das ist, so komisch es auch klingt, in meiner Situation das Normalste der Welt. Der Schmutz in meinem Gesicht ist mein wichtigster Schutz. Niemand aus meinem früheren Leben würde mich jetzt wiedererkennen. Ich bin ein Babyfuß ohne Namen. Mir ist es recht, denn mein richtiger Name würde mich umbringen. Es kommt selten vor, dass wir alle zusammen durch die Straßen ziehen. Immerhin sind wir, wenn das Rudel komplett ist, fast zwei Dutzend unterschiedlich gestörte, aber gleichermaßen zerlumpte Wesen. Weit würden wir zusammen nicht kommen. Mehr als drei Jugendliche, die gemeinsam unterwegs sind, gelten der Normalität als verdächtig. Insbesondere dann, wenn es sich um Teenager mit fleckigen Gesichtern und vor schmutzsteifen Haaren in allen Regenbogenfarben handelt. Ich weiß nicht einmal genau, wer in unserem Rudel Mädchen und wer Junge ist. Ich verberge mein Gesicht, aber genauso wenig versuche ich, anderen in die Augen zu schauen und mir ihre Gesichtszüge zu merken. Was sich dagegen nicht vermeiden lässt, sind die Stimmen, die sich einbrennen. Heiser sind sie fast alle, vor Kälte und Spot. Aber trotzdem kann ich das Krächzen der Krähe vom hysterischen Geschrei der Hyäne unterscheiden, den Husten des Kojoten von Kläffen des Pfennigs. Mir gefallen die Tiernamen in meinem Rudel, aber ich habe mir noch keinen eigenen verdient. Meine Aufgabe ist denkbar einfach, umzulaufen und nach Essen zu suchen. Das Rudel nennt es Futter. Ich nenne es Abfall, aber ich habe gelernt, mein Gesicht dabei nicht mehr so angewidert zu verziehen. Früher, kichert die Hyäne abends am Feuer, war es einfacher. Überhaupt war alles einfacher. Man konnte in den Mülltonnen vor den Restaurants wühlen. Dann kamen die Schlösser an die Deckel der Mülltonnen. Es war die Zeit, in der die kleineren Abfalleimer der kommunalen Straßen in den Blickpunkt des dauerhungrigen Rudels rückten. Aber dort gab es nie viel zu holen, höchsten Zitronencreme und Schokoladenspuren an der Verpackung von Vitaminregeln, abgeknapperte Gehäuse von Äpfeln und Birnen, Mandarinen-Schalen, nicht ganz ausgekratzte Joghurtbecher. Ich bin immer noch nicht hungrig genug, um irgendwas davon in die Hände zu nehmen, geschweige denn in den Mund. Die Idee hatte wie immer der Koyote. Wir gehen zum Lyceum, sagte er an diesem Morgen. Dort würden die Müllkörbe überquellen vor angebissenen Sandwiches, fast kompletten Vitaminregeln und höchstens zu einem Drittel geleerten Traubenzuckerpäckchen. Am Lyceum studiert das Geld, flüstern die heiseren Stimmen in unserem Rudel. Die Lyziisten holen sich an ihren Automaten mehr Essen, als sie brauchen. Sie haben keinen Hunger und stopfen ihre schicken Taschen lieber mit Drogen voll als mit Essensresten. Die Vorstellung lässt die matten Gesichter am Rudel aufleuchten. Es ist nicht das erste Mal, dass ich Gespräche darüber aufschnappe. Die Lyceum-Tour gilt als die leichteste und ergiebigste und alle wollen dahin, dürfen aber selten. Das Lyceum ist bewacht und in seiner Nähe fällt man schnell auf. Ich bin die Einzige, die sich noch nie freiwillig für diese Tour gemeldet hat. Und ich schüttel auch jetzt den Kopf, als Koyote mit seinem blau-schwarzen Fingernagel auf mich zeigt. Babyfuß, du hast blaue Lippen? Du gehst heute zum Lyceum. Nein, sage ich, und alle schauen auf. Ich sage selten was. Ich lehne nie etwas ab. Und ich widerspreche nicht, schon gar nicht dem Koyoten. Die Ratte und der Lurch, das Pony und die Kröte verdauen es kurz und stimmen mir dann lautstark zu. Babyfuß ist doch total unfähig. Babyfuß hat keine Ahnung. Wieso darf er? Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr im Lyceum. Ruckzuck hat er uns in die Scheiße geritten. Ich zucke immer noch zusammen, wenn ich Kraftausdrücke höre. An schmutzige Nägel und dauerknurrenden Magen habe ich mich gewöhnt, an Schimpfworte immer noch nicht. Siehst du nicht, wie daneben er ist, Koyote? Koyote wäre nicht Koyote, wenn er nicht alle mit einer Handbewegung zum Schweigen bringen könnte. Ich schaue zwischen den Haarsträhnen, die mir ins Gesicht hängen, aus der Hocke zu ihm auf. Er sieht auf mich herunter. Ich wende mich wie gewohnt ab. Zurückzustarren, hieße den Kampf herauszufordern und ich könnte gerade nicht mal mit einer Katze kämpfen. Allerdings will ich auf keinen Fall zum Lyceum. Das scheint Koyote als einziger von ihnen zu kapieren und vermutlich sagt er exakt aus diesem Grund so leise, dass alle die Luft anhalten, um ihn hören zu können, Babyfuß geht zum Lyceum. Damit er uns nicht in die Scheiße reitet, komme ich mit und passe auf. Dabei krümmen sich seine Lippen ganz leicht, als er das Wörtchen eher ausspricht. Und ich werde den Verdacht nicht los, dass er das extra sagt, weil ihm sehr wohl bewusst ist, dass ich eine Sie bin. Als wären Babyfüße nicht geschlechtslose Wesen, sich allesamt zum Verwechseln ähnlich in ihrer Hilflosigkeit und ihrem Dauer frieren. Darauf sagt keiner mehr etwas. Ich habe in der kurzen Zeit, die ich im Rudel bin, nicht herausfinden können, warum hier niemand dem Koyoten widerspricht. Es gibt Jungs, die größer und älter sind. So genau kann man es nie sagen. Koyote ist schmächtig. Seine Lumpen unterscheiden sich kein bisschen von denen der anderen. Seine Füße sind schwarz. Das Einzige, was an ihm auffällt, sind die hellsten Augen, die ich je gesehen habe. Ein Graublau, fast an der Grenze zu weiß. Wenn er seine Pupillen auf mich richtet, fühle ich mich wie aufgespießt. Meist spricht er leise und ist erstaunlich höflich. Vor vier Tagen habe ich allerdings miterlebt, wie er zugeschlagen hat. Von der Vorgeschichte hatte ich nichts mitbekommen, wie immer in eigenen Gedanken vertieft und habe nur aus dem Augenwinkel gesehen, wie seine Faust plötzlich mitten in Hyänes Gesicht flog, wie Hyäne zurücktaumelte, einen blutigen Zahn ausspuckte und sich winselnd unter einen Haufen alter Zeitungen grub. Das kann ich nicht vergessen. Dass Coyote ausgerechnet ein Mädchen geschlagen hat, lässt mir die Perspektive, mit ihm allein unterwegs zu sein, nicht gerade rosig erscheinen. Willst du was sagen, Babyfuß? Die fast farblosen Augen mit je einem schwarzen Punkt in der Mitte, spitz wie Stecknadelköpfe, bohren sich in meinen Blick. Ich fühle mich bedrängt, spüre Panik aufsteigen. Aus beinahe selbstmörderischem Trotz schiebe ich den fettigen Haarvorhang vor meinen Augen beiseite und starre gegen jede Vorsicht zurück. Manchmal habe ich solche Momente, obwohl ich sonst sehr vorsichtig bin. Um uns herum wird es so still, wie es nur sein kann, wenn ein Dutzend verstopfte Nasen gleichzeitig die Luft anhalten. Ich höre deutlich, wie es in den chronisch verkühlten Atemwegen um mich herum rasselt. Sekunden dehnen sich endlos. Koyote wendet sich nicht ab. Und ich auch nicht. Ich lasse es jetzt darauf ankommen. Was habe ich schon zu verlieren? Und dann kapiere ich es plötzlich. Er weiß, wer ich bin.